Baddha-Majurasana, wörtlich der verschränkte Pfau, ist der Pfau im Lotus. Nimm den Lotus ein, dann gehe auf die Knie, hebe das Becken hoch, gib die Hände auf den Boden, Fingerspitzen zu dir hin, gib die Ellbogen Richtung Nabel, halte den Kopf oben und hebe dann die Knie nach hinten hoch. So bist du in Baddha-Majurasana, der gebundene Pfau, der Pfau im Lotus. Diese Stellung hilft Agni, das Verdauungsfeuer zu stärken, Amas Unreinheiten zu beseitigen, hilft Prana zu aktivieren und ist eine sehr gute Stellung auch zum Aufwachen zwischendurch. Baddha-Majurasana wird auch genannt Padma-Majurasana, Baddha-Kiki-Asana und Chakra-Vakasana. Baddha-Majosasan Baddha-Maj specially verbeisch�end. Baddha-Majusaan Baddha-Majถana Baddha-Maj-majasити Baddha-Maj Videos